Papiermechanik Hier haben wir einen tanzenden Clown. Weil es aus Papier ist, spricht man dann von Papiermechanik. Figürliche Skulpturen, die durch einen Mechanismus in Bewegung gesetzt werden können. Da dreht man eben an der Seite diese Kurbel und oben bewegt sich das auch, aber in eine andere Richtung. Hier ist der Ausschneidebogen chinesischer Glückstrache. Und wenn man an der Kurbel dreht, dann wendet er sich einen zu und klappert mit dem Maul. Walter Ruffler entwickelt Vorlagen für den Bau von Papierautomaten für Kinder und Erwachsene. Da sind natürlich Grundschüler mit überfordert. Also ab 12 ist das geeignet. Dieser Papierautomat ist auf einer Lehrerfortbildung entstanden. Das ist eine sehr komplexe Konstruktion, wenn sie gelungen wäre. Aber sie ist nicht gelungen. Da müsste man einfachere Dinge konstruieren. Genau das wird in der fächerübergreifenden Unterrichtseinheit Märchen in einer dritten Klasse der Grundschule am Halmer Weg versucht. In Deutsch haben die Kinder Märchen gelesen und eine Figur ausgewählt, die sie dann im Kunstunterricht gemalt haben. Im Sachunterricht sollen sie ihre Figuren nun basteln und in Bewegung setzen. Eine große Herausforderung für die Kinder. An einem einfachen, geschlossenen Papierautomaten sollen sie zunächst erkunden, wie die Bewegung der Figur zustande kommt. Was für euch eine Überraschung ist. Und wenn man trägt, dann trägt sich das auch. Das ist wie eine Kette. Kannst du nachher alles mal ausprobieren. Wer hat noch eine Idee. Das hier, das dreht sich noch so um, wie ein Kreis. Und das hat so. Das nennt man Zahnrad. Hat das? Zahnrad. Zahnrad. Weil dieses Rad hat so Zähne. Zahnrad. Ja. Ich denke, das ist ein gutes pädagogisches Prinzip, dass die Kinder zunächst nicht sehen, wie der Mechanismus aussieht und dann drüber spekulieren können. Wir gucken uns jetzt mal an, was da auf dem Fisch liegt an Material. Vielleicht habt ihr da noch mehr Ideen. Mit Verbrauchsmaterialien wie Strohhalm, Schaschlikstäben, Schuhkartons, Gummiresten, Korken und solchen einfachen Sachen können wir Mechaniken gestalten. Also zum Beispiel Räder, die ineinander greifen. Und ganz wichtig ist auch noch ein Strohhalm, der hier oben eingeklebt wird. Hier. Weil der dient der Führung des Stößels. Hier haben wir dann noch zur Verstärkung der angetriebenen und treibenden Teile Moosgummi-Scheiben verwendet. Gib mal rum und fass mal an. Idee und Material müssen zusammenpassen. Hat jemand schon mal damit gearbeitet und weiß, wie das heißt? Frau Christina, sag doch mal laut. Moosgummi. Moosgummi ist das. Moosgummi? Ja, Moosgummi nennt man das und das lässt sich auch wunderbar verarbeiten. Da kann man drauf zeichnen und kann das ausschneiden, genauso wie Papier. Die Lehrerin hat ein Blatt vorbereitet, auf dem die Kinder nun ihre Vorstellung von Mechanismus in dem Karton zeichnen sollen. Dazu dürfen sie ihn eingehend untersuchen, aber nicht öffnen. Also es ist ein Stab. Ne, zwei. Probier mal. Dreh mal. Ne, einer. Aha. Ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Guck, hör mal. Also ich glaube, da sind viele Stäbe drinnen und ich habe so ein lauschendes Gereich gehabt. Und was machen die Stäbe da drin? Die Stäbe müssen sich bestimmt bewegen, damit das Oberste sich auch bewegt. Das ist die Welle, das Rad. Ich habe immer die Stange. Das dreht sich immer, dann dreht sich das Rad in eine andere Richtung. Und das dreht sich hier auch oben. Und dann dreht sich das Gesicht. Der Mensch dreht sich dann auch. Dieses Ding, damit das dreht. Ich kann das nicht erkennen. Ich weiß nicht, wie das ist. Technik, finde ich, hat eine Lehrpläne und Bildungspläne. Nicht den Stellenwert, denen es verdient. Gerade also dieses Entdeckende, Forschende, Konstruierende ist etwas, was heutzutage wichtig ist. Dazu gehört auch der Austausch darüber. Und dass man das vorstellt, was man gemacht hat am Ende. Dass man zeigen kann, wie war mein Weg. Ob das denn so funktioniert. Wer hat noch eine schöne Idee. Und warum hast du die jetzt hier eingesetzt? Hast du dir doch etwas überlegt? Wenn ich vielleicht die hier lege, dann wird es leichter, die zu drehen. Und damit die Stöcke nicht rausgehen. Gute Idee. Der einfachste Mechanismus ist sicherlich ein sogenannter Reibradantrieb. Das sieht so aus. Auf der Kurbelwelle sitzt senkrecht stehend ein Antriebsrad. Auf diesem Antriebsrad ruht waagerecht liegend das sogenannte Abtriebs- oder getriebene Rad. Und damit ist eine Welle verbunden. Und man sieht, wie sich die Drehbewegung überträgt. Einfache Mechanik, die auch leicht verstanden werden kann vom Kind. Und die man dann auch verändern kann. Hier haben wir den Exzenter. Das ist im Grunde ein kreisrunder Nocken. Aber die Welle läuft nicht durch die Mitte, sondern versetzt. Und dadurch entsteht so eine eierige Bewegung. Hier haben wir einen Nocken, der sich aus einem Dreieck entwickelt hat. Und wenn der sich einmal dreht, bewegt sich der Stößel dreimal rauf und runter. Wenn die Kinder das Prinzip erstmal verstanden haben, dann sind sie sicherlich auch in der Lage, selber eine Nockenform zu entwickeln, die sie für ihr Modell benötigen. Christian, zeig mal, wie hast du das gemacht? Inzwischen haben die Kinder mit dem Bau ihrer Papierautomaten begonnen. Natürlich mit Reibradantrieb. Soll ich euch helfen? Aus Musgummi werden runde Scheiben ausgeschnitten, die als Räder dienen. Manchmal funktioniert das nicht richtig, weil man die Kreise richtig ausschneiden muss. Zia Nina und drei Mitschüler aus Klasse 4 haben bereits Papierautomaten gebaut. Sie sind in dieser Stunde als Berater dabei. Das ist knifflig, weil man braucht mehrere Versuche, man muss das wissen. Manchmal haben die sich ein bisschen nicht gedreht und hat es geklemmt. Dann hatten wir Pause und dann hatte ich einmal gewusst, dass es so geht. Und dann habe ich es eben versucht und dann hat es geklappt. Wenn ihr mit eurem Material jetzt immer von einer Stelle zur anderen lauft, dann ist es zu unruhig. Nein, nein, nein. Noch unten, noch unten. Ey Samit, war das das gleiche Problem, dass die auch so abgeht unten, ne? Handelnd erfahren die Kinder, dass der senkrechte Stab eine Halterung benötigt, damit er nicht verrutscht. Das andere blockiert das vielleicht, das Kleine. Das hier müssen wir befestigen mit dem Uhu. Aber jetzt ist bei uns die Frage ernst, wie machen wir das daran? Kleber, Kleber! Da vorne ist ein Strohhalm, wo der Hahn dran ist. Ich weiß, wie das ist. Was hat sie mit dem Lineal gemacht? Gemessen. Ne, gemessen hat sie noch. Das dreht sich nicht. Manchmal dreht es sich schwach, Christian. Insgesamt bin ich begeistert, wie viele Kinder das doch geschafft haben, selber darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich und auch motiviert, wann es auszuprobieren über so einen relativ langen Zeitraum. Wenn Stoff da ist, der interessant ist, so wie diese Automaten oder diese technischen Sachen, dann sind die motiviert, die Kinder. Und dann geht Sprache eigentlich wie von selbst. Und auch vielleicht das Aufschreiben und Notieren. Dann hatten wir eine Idee, da hatten wir so bisschen Tags gemacht zu den Automaten. Und ich habe ohne Hilfe geschaut. Wie ist das gekommen? Einfach habe ich nachgedacht, vielleicht kann sich ein Rad, kann ein Rad noch ein Rad drehen. Das sind doch so lange. Ja, für ihre Kleidung. In der letzten Phase des Projekts werden die Märchenfiguren gebastelt, die die Kinder bereits gemalt haben. Dabei sind wieder handwerkliche Fertigkeiten gefragt. Und da gibt es ja auch unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann einmal mehrere Figuren auf eine Scheibe setzen, die sich dreht. Man kann aber auch nur den Stab nehmen und eine Figur nehmen, die sich dreht. Prinzessin ist das? Oder Königin? Oder Hexe? Oder was soll das sein? Ein Zellbuch. So, hol mal dein Bild. Aber dann halt so herum, damit das hier so passt. Und dann habe ich den hier rausgeflogen. Die Lara hat es auch geflogen. Vielleicht kannst du dir überlegen, dass du das Stroh hier nach irgendwo machst und die Maus vielleicht auch noch dazu. Wenn man das dann hier so dreht, dann sieht das so aus, ob du rein und wieder raus gehst. König und die Prinzessin. Am Ende der Unterrichtseinheit präsentieren die Kinder voller Stolz ihre Papierautomaten. Das Projekt hat ihnen Freude bereitet und gerade auch im technischen Bereich viele Erkenntnisse beschert. Hier gilt es anzuschließen. Wir werden ja auch noch weitere Bewegungsabläufe praktisch mit den Kindern erarbeiten. Dann eben auch den Bezug zu ihrem Alltag zu finden, zu Geräten, wo diese Technik auch wieder zu finden ist. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass man das Ganze erweitert zu einer Holzarbeit oder Arbeit eben mit Metall, mit Draht, mit Drahtstäben. Und das eben auch viel mehr noch größer macht und auch künstlerischer gestaltet. Da sind meiner Meinung nach wenig Grenzen gesetzt. Das ist ein Prototyp, um mal zu probieren, ob man die gleichen Motive, die ich aus Papier gebaut habe, auch aus Holz bauen kann. Das nennt sich die störrische Geiss. Das ist die Tür. Und das ist ein Problem. Untertitelung des ZDF, 2020